So, nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, in der heutigen Episode des Gold- und Silbertalks möchte ich mit euch gerne mal darüber sprechen, wie es jetzt aktuell mit den vorher noch extrem übertriebenen Aufschlägen auf Silberanlageware aussieht, was sich da geändert hat, denn da hat sich einiges geändert. Und ich möchte auch mit euch ein bisschen darüber sprechen, warum das möglicherweise der Fall ist und wie sich das in Zukunft weiterentwickeln kann und ob es überhaupt Sinn macht. Und dann jetzt aktuell dort schon zuzuschlagen oder ob es besser ist, vielleicht noch ein bisschen zu warten oder es gibt ja da einiges, worüber man sprechen kann. Aber vorher gucken wir uns natürlich an, wie es so mit den ganzen Sachen wie Preisen und so weiter aussieht und beginnen tun wir natürlich wie jedes Mal mit den Sachen, die ich heute mitgebracht habe. Ja, da habe ich einmal einen 1kg Silber Fidschi Münzbaren, der heute auch sehr gut eben zu dem passt, über das wir sprechen möchten, nämlich prinzipiell eben auch die Münzbaren, wo eben die Fidschi Münzbaren am weitesten eigentlich verbreitet sind, zumindest hier. Und dementsprechend, ja, schöner Barren, guter Anlagebarren. Und jetzt aktuell auch wieder etwas besser zu bekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Was das genau jetzt alles bedeutet, das erkläre ich euch natürlich alles gleich. Aber weiter geht es auf jeden Fall mit einer 1 Unzen Gold Luna 3 Jahr des Tigers Münze aus dem Jahre 2022. Meine Güte, da ist ganz viel zu sagen zu dieser Münze, aber ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Münze. Und, ja, ziemlich gut, dass ich die auch noch zu einem guten Preis bekommen habe, denn mittlerweile sieht das jetzt nicht mehr so toll aus. Also der Preis, den ich bekomme, ist auf jeden Fall noch eine gute Geschichte. Ist sogar von heute an betrachtet, meine ich, sogar leicht unter Spot, was natürlich immer eine super Sache ist. Weiter geht es mit der Silber Variante vom Luna 3 Tiger. Der ist ja so ein bisschen umstrittener, viele Leute mögen den nicht. Ich mag ihn sehr, gefällt mir echt gut. Aber, ja, dafür gibt es ja dann auch die Möglichkeit, sich das dann auszusuchen, was man wo, wie, wann haben möchte. Und dann ist das ja auch alles kein Problem. Ja, das Barbados Seepferdchen habe ich auch noch mitgebracht aus dem Jahr 2021. Wirklich auch eine schöne Münze. Aber, ja, ne, ist halt so eine Münze, die jetzt nicht unbedingt so super viel, ich sage es jetzt mal so, Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich finde sie trotzdem durchaus schön und auch empfehlenswert. Ist allerdings eine Münze, die natürlich jetzt nicht unbedingt so die krasse Wertsteigerung in Zukunft erfahren wird, vermutlich. Kann natürlich immer sein, dass da was passiert, aber vermutlich eher nicht. Gut, also Preise. Wow, das sieht heute ganz schön mies aus. Ja, woran liegt es? Und, gute Frage. Es gibt wieder jetzt am Markt so eine erneute Krise mit China und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich auch noch ein spezielles Video darüber. Mal sehen. Aber davon haben wir eigentlich aktuell so viele. Muss man erst mal gucken. Aber, wie gesagt, ihr seht jetzt hier am Silberpreis echt mies. Also fast drei Prozent heute gefallen. Wow, das ist schon einiges. Also da kommen wir jetzt auch bald wieder in so eine Zeit rein, wo bestimmt schon viele Leute wieder nachkaufen werden. Ich werde es nicht, ja, weil, wie gesagt, wir sprechen gleich noch drüber. Aber es ist auf jeden Fall eine bessere Gelegenheit als noch vor ein paar Wochen. Das kann man dazu nur sagen. So, weiter geht es mit dem Goldpreis. Hier an dieser Stelle auch fast ein Prozent gefallen. Ja, ouchi. Aber es ist, wie es ist. Muss man letztendlich mit klarkommen. Und, ja, an neuen Münzen habe ich heute leider mal wieder nichts mitgebracht, weil einfach nichts großartig Sinnvolles rauskommt, was ich zeigen könnte. Ist ein bisschen nervig, aber gut, was wir mal machen. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. Ja, gut, ist, wie es ist. Letztendlich auch nicht schlimm, weil so können wir zumindest schneller zum Kernthema kommen, was ja heute die Anlagemünzen und die Anlagebarren sind. Ja, was ist eigentlich da jetzt aktuell die Sache, beziehungsweise was ist die Sache eigentlich gewesen? Ja, also seit wir jetzt in diese Krisenzeit reingerutscht sind, ist es bestimmt jedem schon aufgefallen, hatten wir ein extremes Problem mit lächerlichen Aufschlägen. Wirklich, es ist wirklich, ich kriege immer noch Skotzen, wenn ich darüber nachdenke. Wirklich die Aufschläge auf Anlagesilber sind und waren so dermaßen lachhaft, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dazu überhaupt noch sagen soll. Also weiß ich nicht, wie man das tatsächlich noch andere Produkte nennen konnte, aber zeitweise mit 25 Prozent Aufschlag auf Silberanlagemünzen. Ein Witz, also kann man wirklich nichts anderes zu sagen und es ist immer noch nicht gut, ja, aber ich will auf jeden Fall ein Update mal dazu machen, weil es ist besser, als es das jetzt schon vor ein paar Monaten oder vielleicht auch schon im Jahr war. Und damals habe ich auch diese zwei Videos gemacht, die auch hier sehr populär auf dem Kanal sind, dass ich erstens keine Anlagemünzbarren mehr kaufe und auch keine Anlagemünzen. Und, aber eben mit dem kleinen Sternchen dran, natürlich kaufe ich weiterhin die Münzen, die ich sonst nicht mehr kriegen würde, ja, mit diesem Jahrgang. Aber ich kaufe kein Anlagesilber mehr aus Anlagegründen. Das war so der Hintergedanke hinter dieser ganzen Geschichte, haben viele auch nicht ganz verstanden, ist aber auch nicht schlimm. Und, ähm, da hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Und zwar sind die Aufschläge durchaus leicht zurückgegangen. Leicht. Ganz leicht. Sehr leicht. Und, ähm, zwar so leicht, dass es sich gerade so nur lohnt, ein Video drüber zu machen, aber ich mache es trotzdem, weil es ist natürlich ein wichtiges Update. Wir bewegen uns zumindest wieder in die richtige Richtung, ne? Also, hier mal kurze Eingeblendung, wie man aktuell, also für welchen Aufschlag man, ähm, noch vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen, na eher zwei, ähm, Münzbarren kaufen konnte. Zu welchem Aufschlag? 15,5 Prozent. Einen Kilogramm Münzbarren, da lagen wir bei 15,5 Prozent. Das ist immer noch ziemlich mies, aber es ist wesentlich besser, als es das vorher war. Ja, vorher lagen wir da so, also was heißt mit vorher meine ich so vor so ungefähr so sechs Monaten, ja, so rund ein halbes Jahr. Und davor natürlich, ja. Da lagen wir immer so um die 18 Prozent, 17, 18 Prozent. Davor sogar mal zwischenzeitlich um die 20. Lächerlich, ja. Also wirklich ein totaler Witz für einen 1 Kilogramm Münzbarren, der absolut keinen Sammlerwett in irgendeiner Form hat. Ähm, und auch übrigens keine sonderlich hohen Produktionskosten, ja. Also, das muss man ganz klar dazu sagen. Wenn man jetzt einen vergleichbaren 1 Kilogramm Goldbarren sieht, der hat genau die gleichen Produktionskosten, ja. Ne, und, äh, ja. Gut, wie auch immer. Was ich dazu jetzt eigentlich nur sagen wollte, ist, wir bewegen uns jetzt wieder in die richtige Richtung mit diesen Barren, wo wir jetzt ungefähr bei 15,5 Prozent lagen vor zwei Wochen. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Problematik, jetzt sind wir extrem gefallen die letzte Zeit. Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass jetzt auch die Aufschläge, ähm, für diese Barren wieder extrem in die Höhe schießen. Und, ähm, wir wieder so ein ähnliches, äh, bescheuertes Phänomen haben, wie bei den letzten Abfällen am Silberpreis, beziehungsweise, ja, am Silberpreis. Und, ähm, das hatten wir aber ehrlich gesagt gar nicht. Ja, also wenn wir uns das jetzt heute so angucken, ich blinde euch jetzt das hier auch nochmal ein, ähm, da können wir sehen, wir haben heute so 16. Ja, ein bisschen mehr als 16. Aber jetzt nicht extrem viel mehr als 16. Und das zeigt so ein bisschen, dass, ähm, es auch wirklich was gebracht hat, darüber zu sprechen. Dass es wirklich was gebracht hat, zu sagen, ich kaufe das nicht mehr. Also, natürlich hat das jetzt nichts gebracht, dass ich das gesagt habe. Aber es hat was gebracht, dass ihr euch zum Beispiel dafür entschieden habt. Weil ich weiß von vielen Leuten hier in den Kommentaren, die gesagt haben, ich kaufe das auch nicht mehr. Das ist einfach Blödsinn, dafür so einen Aufschlag zu zahlen und ich bezahle das auch nicht mehr. Ja, und, ähm, ja, das ist einfach das einzig Richtige, was man in dieser ganzen Geschichte machen kann. Äh, ich verstehe, dass es blöd ist, da dann nichts von zu kaufen, ähm, finde ich auch. Ja, ist kacke. Und ich kann es auch verstehen, warum da manche Leute auch nicht mitmachen wollten, die halt weiter ihre Sachen kaufen wollten. Ähm, finde ich auch okay. Ja, weil das ist einfach jedem selbst überlassen. Und ich finde das auch total in Ordnung, äh, wenn man das einfach halt so weitermacht. Auch wenn man sich natürlich darüber ärgert, dass die Aufschläge hoch sind. Ja, ne. Man kann ja auch fairerweise gar nicht wissen, ob die überhaupt die Masse wieder runtergehen. Aber, ähm, ich weigere mich einfach, das zu akzeptieren. Weil es ist ein Finanzprodukt, ein Anlagemünzbarren ist ein Finanzprodukt. Und auch Anlagemünzen sind Finanzprodukte. Das hat nichts mit Sammlermünzen zu tun in irgendeiner Form. Mit Sammlermünzen. Ähm, das sind Anlageprodukte, finanzielle Anlageprodukte und die haben keinen Aufschlag von, weiß ich, 20% zu haben. Na gut, man muss fairerweise sagen, man muss die 7% Steuer abziehen, aber auch 14% sind lächerlich. Also, das ist wirklich ein Witz. Ja, wenn man sich beim Gold anguckt, was da für Aufschläge gibt, äh, da weiß man ungefähr, wo die Richtung eigentlich hingehen sollte. Also, was beim Silberaufschlägen drauf sind, ist ein Scherz. Und, ähm, das, weißt du, das ist halt auch, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Auf welchen Preis tatsächlich Silber steigen müsste, ja, von heute angesehen, um diese 20% wieder rauszuholen. Ähm, das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Ja, also, das hatten wir in den letzten, in den letzten anderthalb Jahrzehnten nicht. Also, das, nee, einfach nein. Und ich persönlich finde, das nimmt einem auch so ein bisschen den Spaß daran, solche Sachen zu kaufen. Weil, ich finde, Silber an sich ist toll ans Anlage. Weil man hat wirklich was in der Hand. Man hat was, was einen beständigen Wert hat, was seinen Wert niemals verlieren wird. Der Wert ist vielleicht nicht unbedingt super beständig. Aber was seinen Wert auf jeden Fall niemals verlieren wird. Und, ähm, ein sehr wichtiges Metall auch für unsere, äh, Industrie. Hier im Land, sonst wo im Land. Wurscht. Ähm, und deswegen ist es einfach schade, dass einem sowas dann dadurch kaputt gemacht wird. Dass irgendwie Händler meinen, äh, ja, nee, du. Das ist ein bisschen doof, dass wir jetzt diese Münzen so teuer eingekauft haben, und dann der Preis gefallen ist. Dann hauen wir das jetzt einfach in Aufschlägen drauf. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das Risiko muss man eben nur mal als Händler tragen. Man hat einen Einkaufspreis. Und man kann das nicht dann einfach, nur weil der Preis von dem Ding dann gefallen ist, darfst du es dem Kunden draufklöppeln. Ey, das geht nicht. Ja, wenn man das dann halt zu dem falschen Zeitpunkt eingekauft hat, dann ist das das Problem des Händlers. Und nicht das Problem des Käufers. Also, das, äh, wirklich, ich finde die ganze Sache extrem mies. Und, ähm, ich könnte mich da wirklich stundenlang drüber aufregen, aber das bringt ja letztendlich auch nichts. Ich bin froh, dass wir uns jetzt in die richtige Richtung mit dieser ganzen Problematik wieder bewegen. Wie gesagt, 15 Prozent, das ist schon mal, also 15,5 Prozent, jetzt wieder 16 Prozent. Denn das ist schon mal wenigstens zwei, drei Prozentpunkte weniger, als wir das so vor sechs, neun Monaten oder sowas hatten. Das ist schon mal was. Ist schon mal eine Bewegung in die richtige Richtung. Falls es euch interessiert, bei den normalen Silberanlagemünzen, pff, ja, nee. Da liegen wir immer noch bei 20 Prozent. Also, ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber es ist, wie es ist. Müssen wir jetzt wohl noch mal eine Zeit lang mit leben. Kaufen, aber kaufen tue ich davon ganz bestimmt nix. Also, ich sage es jetzt extra noch mal dazu, ja. Außer jetzt mal die vereinzelte Münze von einem Jahrgang, einfach weil ich den Jahrgang weiter fortführen möchte in meiner Münzsammlung. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier in Silber anlegen würde. Das heißt einfach nur, ich möchte keine Unterbrechung haben in den Jahrgängen, die ich halt sammle. Das ist ja was komplett anderes, als wenn ich jetzt hingehe und sage, ich investiere jetzt eine Summe in Silber. Das hat ja damit nichts zu tun, ne. Also, nur noch mal so, falls sich da wieder irgendjemand beschwert, dass ich dann in irgendeinem Anboxing wieder ein paar vereinzelte Anlagemünzen auch zeige, die man auch als Anlagemünzen einsortieren kann. Ja, ne. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich in Silber investieren würde großartig in Anlagesilber, sondern das geht einfach bei mir da um das Sammeln, was ich nämlich toll finde. Ich mag das Sammel total gerne von Silberprodukten. Und dementsprechend ist das auch das, was ich sehr gerne mache und auch auf jeden Fall fortführen werde. Aber eben nur extrem vereinzelnd, sodass es nicht in irgendeiner Form einen großartigen Einfluss darauf hat, dass diese Händler jetzt meinen, yo, können wir so weitermachen, hat gut funktioniert, haben wir zumindest auch mal ordentlich Gewinn dabei. Ja, finde ich nicht okay. Also, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber selbst bei den Aufschlägen, die jetzt schon zurückgegangen sind, finde ich es ganz schön mies. Ja, gut. Ich meine, machen können wir jetzt nichts groß. Wir müssen halt weiter uns darauf konzentrieren, dass solche Sachen halt nicht passieren dürften normalerweise, weil es ist nun mal einfach so, wenn ein Händler zu einem bestimmten Preis einkauft, dann kann er das nicht einfach einem Kunden draufklöppeln, wenn der Preis wieder fällt. Das ist meiner Meinung nach ein Unding. Wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich? Ist das auch für euch was, wo ihr sagt, nee, das finde ich ziemlich mies? Oder meint ihr, ja, gut, ist mir eigentlich relativ egal. Ich kaufe das halt trotzdem weiter. Und wir sehen halt mal, wie es mit den Aufschlägen so weitergeht. Meine Prognose dazu ist übrigens, ich gebe normalerweise sehr selten Prognosen ab, aber ich glaube nicht, dass sich das auf Dauer halten wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht wie. Weil, also ganz ehrlich, wenn wir tatsächlich es hinkriegen sollten, dass sich das etabliert, dann haben wir echt mies versagt. Also, wirklich. Das ist nichts, was man in irgendeiner Form sich etablieren lassen darf in einem Markt, in einer Community, was auch immer. Das geht nicht, ja. Ich meine, das ist mal eine komplett andere Sache, ob man jetzt teurere oder günstigere Händler hat. Aber das ist ja wirklich bei allen Händlern so. Man hat nicht die Möglichkeit, sich noch einen Händler auszusuchen, wo es tatsächlich nicht der Fall ist. Ja, das haben einfach alle Händler durch die Bank weg so gemacht. Gut, inwiefern das jetzt, ne, es gibt da ja auch so eine Geschichte von wegen, dass man das jetzt eigentlich nicht unbedingt machen sollte. Sei jetzt mal außen vor. Aber ich finde es einfach prinzipiell nicht okay. Und was ich natürlich fairerweise auch noch dazu sagen muss, ist die Tatsache, dass manche sehr vereinzelte Händler auch tatsächlich wieder überspot, großartig überspot, die Sachen auch ankaufen. Das heißt, bei sehr vereinzelten Händlern hat man dann diese Problematik etwas abgeschwächt. Es ist trotzdem aber eine Problematik, weil auch viele dieser Händler dann für Münzen, die nicht von ihnen stammen, unter Umständen dann auch möglicherweise, ich will mich jetzt darauf nicht verstreifen, ich habe es nur gehört, diese Münzen dann auch wieder mit größeren Abschlägen hier ankaufen. Ja, sei jetzt mal so dahingestellt, aber definitiv auch was, wo ich sagen würde, halte ich für möglich, weil aktuell muss man da irgendwie so alles für möglich halten, würde ich sagen. Aber letztendlich ist es, wie es ist. Ja, damit hoffe ich natürlich wie immer sehr, dass euch das heutige Video gefallen hat. Gerne alles, was euch zum Thema so noch einfällt und auch alles Mögliche, was ihr vielleicht noch an Fragen habt, in die Kommentare schreiben, freue ich mich wie immer sehr drüber und beantworte ich auch wie immer sehr, sehr gerne. Abgesehen davon natürlich auch super gerne das Video bewerten, das würde mich auch sehr freuen. Und natürlich auch super, super gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.